Kommen wir auch wieder runter? Ne, war nur ein Aufzug. Kein Abzug. Wir greifen zuerst an. Ja, keiner heult mehr großartig auf. Das ist ja furchtbar. Komm, wir rüsten uns um. Anlegen. Das heißt, darauf ein bisschen Angriff weniger, aber dafür heulen die Waffen öfter auf, wodurch wir automatisch sehr viel mehr Schaden machen. Und bei ihm müsste das T-Siphon eigentlich grundsätzlich öfter aufheulen, denn vorher hatte er, meine ich, kein Armgerät, das die Ausweichrate hebt. Ein Ring wäre cool, der sowas macht, aber haben wir nicht. Okay, ich vermute, wären wir eben die Treppe hochgegangen, wären wir hier gelandet. Ich schau mal. Ja. Wir schauen mal, was für eine Beschwörung uns noch fehlen. Okay, da wäre er auch einfach nichts gewesen. Zwei E-Mails-Drachen. Oh Gott, jetzt weiß ich wirklich kaum noch, was wir schon beschworen haben und was nicht. Ich glaube, Horus haben wir gesehen, oder? Moment, was haben wir hier noch so? Desaster sah cool aus. Azur. Das war das mit dem Wasserzeug. Okay, Daedalus haben wir gesehen. Wir könnten noch ein Eclipse machen. Wäre was für Iwan. Keine Ahnung, wir machen Horus. Was braucht Eclipse? Drei Jupiter, zwei Wasser. Merkur. Das heißt, einmal Desaster wäre übrig. Komm, hauen wir noch ein Desaster raus. Einfach, weil es cool aussieht. Was wollte ich jetzt beschwören? Wollte ich Eclipse beschwören? Nein, den haben wir doch eigentlich auch schon gesehen, oder? Keine Ahnung, wir machen es. Und du kommen, ja, keine Ahnung, nimm doch mal so mit, warum nicht? Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Eclipse hatten wir schon mal. Wir sehen. Ja, aber es sieht cool aus. Ich glaube, ich glaube, die gehen auch drauf hier im Beschwörungszyklus. Genau, und da schlägt doch am Ende mit seiner Kralle zu, oder nicht? Ja, und da kommt noch so ein Feuerdings nach. So eine Feuerwelle meine ich, genau. Ja, genau, das ist das. Das überspringe ich jetzt mal. So, dann ist ein Jin schon mal bereit, was bereit gehen kann. Der Rest folgt noch. Irrer Dämon, Himmelsdach, ja, schon wieder die perfekte Kombination, egal. Zack, 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 zack. Kein One-Hit. Aber hier, wir sehen uns gleich, eine Legende aufgeheult. Direkt nachdem ich die Ausrüstung gewechselt habe und seine Helios-Klinge prockt auch wieder. Große Jin-Verbindungsaktion hier. Ich glaube, so oft habe ich Excalibur noch nie aufheulen sehen, wie das jetzt der Fall sein wird. Okay, irgendwer ist aufgestiegen und hat einfach nichts gelernt. Da können wir versanden, was uns gerade einfach gar nichts bringt. Oh, weia. Okay, da kann man dann bestimmt runterfallen und das links ist dann der Weg wieder hoch. Vermute ich einfach mal. Gehen flott mit ihm. Okay, schauen wir mal. Ähm, wir gehen erstmal, Gott, ähm. Dürfen wir auch wieder, nee, wir dürfen nicht wieder zurücklaufen. Ich teste einfach mal jetzt. Das geht doch schon wieder nicht auf. Oder? Moment. Achso, man muss ja einfach wahrscheinlich nur die Teile aktivieren, oder? Ist wahrscheinlich egal, ob man jetzt hier alle Bodenplatten einmal betreten hat. Das muss man, glaube ich, gar nicht. Gut, dann funktioniert das so. Schön. Dann dürften wir jetzt gleich wieder die Steinsäule wegschieben können. So, das Bananaphon hat ihn platt gemacht. Erstmal die Säule. Ich speichere am besten zwischendurch mal. Nicht, dass wir spontan in den Bossfight stürzen. Okay. Okay. Ja, finde ich gut, wie oft jetzt das Teesiphone und Excalibur aufheulen. Das gefällt mir sehr. Auch wenn es jetzt für den Pimmelsdrachen nicht gereicht hat, aber... Auch das kommt noch. Falls ihr übrigens irgendwie effizient hochleveln möchtet, dann empfehle ich die Eilandhöhle, wo wir gewesen sind. Da, wo die Wundervögel erscheinen können. Die haben richtig viel ihr Pegel gegeben. Und wenn man so ein Team aus zwei Wundervögeln findet, ist das natürlich einfach richtig genial. Ich glaube, wir müssen erstmal runter, weil dann kann man einfach einen Wundervögel töten. Wie wird das denn? Okay. Weiß ich gerade nicht. Darauf warten, dass der andere ihn regeneriert und dann wieder eintöten und sie dann immer regenerieren lassen. Ich glaube, das ist einfach der schnellste Weg, um EP zu machen. Jetzt gerade im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwie noch Level nachholen müssen. Deswegen machen wir das nicht. Aber sollte ich doch das Gefühl bekommen, werden wir es noch tun. Aber ich glaube, allzu viel kommt jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, jetzt kommt noch das und dann noch der Endverskampf im Marsleuchtturm. Und ich glaube, das war es dann auch. Dann sind wir durch. Den dritten Teil von Golden Sun werden wir natürlich auch noch spielen. Immer noch in der Hoffnung, dass noch irgendwie ein Golden Suns Spiel für die Switch erscheint. Aber nicht sofort im Anschluss. Erstmal möchte ich gerne SteamWorld Quest fertig spielen. Das ist schon so lange pausiert. Ich hatte einfach keine Zeit dafür, dass ich das erstmal gerne machen würde. Oh. Hä? Okay. Nochmal. Aber auch da finden wir sicherlich noch die Zeit. Irgendwie bald. Ich gehe jetzt einmal rüber. Jetzt vielleicht. Ja, ja. Mann. Verdammt. Ich bin zu weit oben gewesen. Okay. Neuer Versuch. Aller guten Dinge sind drei. So, wie genau war das jetzt? So ungefähr. Ja. Zu weit. Aller guten Dinge sind vier. Mal schauen. Ich muss einen so hin. Und hopp. Ich glaube auch einen hoch. Kann das sein? So, jetzt bin ich ein höher. Schauen wir mal. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht muss ich weiter unten sein. Das kann auch sein. Versuchen wir es mal so. Mal schauen. Rechts rum. So, zack, bumm. So funktioniert es doch. Sehr schön. Stein Nummer eins. Hätte ich den runterschieben müssen? Ich glaube, ich hätte... Ne, ist egal, ne? Ist glaube ich egal. Okay. Ähm. Hm. Die Jins sehen gut aus. Angriff, 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 Angriff. Gerade von den rechts hat keiner aufgeholt. Hitzelehmer. Können wir mal wieder Heilung vertragen. Da hat Aaron sich drum gekümmert. Wir gehen mal da durch. Was mache ich denn da? Ich wollte doch Teleknese. Grabeswicht. Ich glaube, ich... Moment. Schauen wir kurz nach. 300. 311. Ja, ist am Platz 3. Ich glaube, ich mache mal jetzt die RNG-Methode, um das Lex Lachesis zu bekommen. Beichern. Das heißt, wir sehen uns infall, sobald ich die passende Begegnung gefunden habe. Bis gleich. Okay, sehr schön. Das ist die passende Team-Konstellation. Und wir greifen zuerst an. Verdammt, ich habe vergessen, die Ausrüstung abzulegen. Ich hoffe mal, dass niemand PP oder sowas regenerieren muss. Ich glaube, wir machen es wieder mit der stärksten Synergy jeweils. Aber auf den Bombander nur zur Sicherheit. Boom. 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 Schauen wir mal, wie viel Damage da auf den Dämon rumkommt. 130. Äh, 220, circa. Äh, 300, circa. 430, circa. Fuck, es darf keiner sterben. Und Ivan und Miram, okay. Versuchen wir es nochmal. Ich lege die Ausrüstung ab und wir sehen uns in der Konstellation oder in der ähnlichen erneut. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir es wieder geschafft. Wir sind in der richtigen Team-Konstellation und greifen zuerst an. Okay, diesmal... Hm. Ich würde sagen, ein bisschen schwächere und auf den irren Dämonen fokussiert. Kronenspitze. Eruption bleibt. Ja, Lichtplasma auch. Bei ihr machen wir... Kaumkrone. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Das macht... 121. Das macht circa 190. Äh... 290, circa. Ne, relativ... Sogar genau, ne? Ich glaube, sogar... Genau 290. Das heißt, 374. Alles klar. Du greifst ihn an. Du nimmst... Keine Ahnung, ihn. So, und ihr nehmt nochmal mit mittleren Kram. Und ich hoffe mal, dass das den jetzt nicht tötet. Keinen der beiden. Nochmal nicht tot. Keiner tot. Sehr gut. Das heißt, das dürfte ihn jetzt finishen. Jawohl. Das heißt, wir sollten jetzt theoretisch Lex Lachesis kriegen. Ich bin gespannt. Und ich bin auch gespannt, was das überhaupt sein soll. Ob es ne Waffe ist. Ob es irgendwie ein Hut ist. Oder... Keine Ahnung. Handschuhe. Oder irgendein Kram. Lex Lachesis. Oder ein Stab oder so. Ich weiß. Ein Stab. Okay. Ein fesselt Apokalypse. Das klingt aber cool. Stärkt ihren Angriff sogar noch. Ist ja geil. Okay. Schön, dass ich euch da mitgenommen habe. Wenn ihr es genauso gemacht habt, habt ihr jetzt... Das gleiche. Ausrüstungssetup, wie ich... Selbst wenn ihr den Atropa-Stab nicht durch Lack gekriegt habt. Wir speichern erstmal. Ja. Und jetzt bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt, was der entfesselt. Wir machen als erstes... Das Ding da weg. Und laufen wieder hier runter. Einfach, weil wir es können. Ja, cool. Entfesselt Apokalypse. Ich bin sehr, sehr gespannt. Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Wir wollen jetzt nur die Apokalypse sehen. Wie Mia die Apokalypse darauf beschwört. Komm schon, Mia. Zier dich nicht so. Du willst das doch auch. Jawohl, Apokalypse. Okay, knallt voll ins Gesicht. Bam. Sieht witzig aus. Macht mehr Schaden auf jeden Fall. Ich glaube, so um und bei 50 Schaden mehr als bei der anderen Waffe. Gefühlt jedenfalls. Schick. Wer weiß, vielleicht One-Hitted das ja auch sogar. Mützdrache. Angriff und so. Und Legende. Sehr schön. Bada-Boom. Wirklich, Megiddo ist nicht effektiv. Es hat nur einen Punkt. Kein Ausrufezeichen. Und macht immer noch gute 650 Schaden. Das ist einfach enorm. Okay. Wir können jetzt machen. Oh, wir können vor allem wieder die Ausrüstung anlegen. Das sollten wir nicht vergessen. So, du hast glaube ich was abgelegt. Und genau, die Mysterienrohbe. Die kann sehr helfen. Bei dir ist es die Rumkrone. Die kann auch sehr helfen. Und vor allem die Irisrohbe. Die hast du schon ins Auge gefasst. Nämia. Mal schauen. Bei ihm ist es auch irgendwas gewesen. Die Aschura-Rüstung. Ich würde sagen, wenn wir mit dem Ding durch sind, bevor wir in den Mars-Leuchtturm gehen, gehen wir mal hier noch die Items durch. Die Mysteriakarte, die Trainerpeitsche und das Tomagateri-Jokon. Bei ihrer Name. Was hatte sie? Den magischen Taler auf jeden Fall. Die Rumkrone. BPP. Heben KP. Ist glaube ich cooler. Noch BP. Sie trägt gar keine Stiefel. Was sind denn das für... Heben, Verteidigung und Widerstand. Egal, sie braucht eigentlich auch keine Stiefel. Eigentlich brauchen die alle hier nichts. Das ist einfach nur... Proformer. Aber ich glaube, die Erebus-Rüstung war richtig, ja. Was hat er als Hand? Den Kriegshandschuhl. Bedeutet das Aegis-Schild oder der Aegis-Schild, wie mehr könnte, an Felix gehen. Jetzt tauschen wir mal mit... einem komischen Ring. Den ich überhaupt gar nicht cool finde, weil der nur durch... Benutzeneffekt irgendwie was bringt. Sonst bringt der einfach gar nichts. Finde ich echt kacke, das Ding, ehrlich gesagt.